Versuch Nummer 3 Versuch Nummer 3, genau Wir sind immer noch bei dem Versuch, die Zielscheibe erstmal zu treffen Bevor wir uns an die Mitte wagen Es wird hier immer schlechter Versuch Nummer 4 Wir üben das Laden der Waffe nochmal Genau Mit ein paar Alkohol Dämpfen Vom vorherigen Abend noch, sollte das doch funktionieren Ja 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 Ja